Ich hab mir gestern ein veganes Chicken geholt. Und? Bro. Ich hab geheult. Schön, dich zu sehen. Viel zu lange nicht gesehen. Voll. Wieso fahrt ihr immer so auf, wenn ihr produziert? Weiß ich nicht. Findest du das aufwendig? Ich hab gedacht, auf dem Weg her hab ich Plakate von dir gesehen, von der Produktion. Und ich war so, jetzt schon? Haben die das für mich gemacht? Ich bin total begeistert. Bist du mit dem Weg gefahren an allen Plakaten vorbei? Das hatten wir extra gesagt. Oder? Ja, ja, klar. Ich hab mein Hemd dabei. Weißt du, warum ich es dabei hab? Weil ich es übergeben muss? Nee. Weil ich wollte es anziehen, weil es ein schickes Hemd ist. Aber ich hatte keinen Steamer. Aber ziehst du trotzdem an? Soll ich es anziehen? Meinst du? Ich glaube, hättest du es nicht gesagt, wäre es wahrscheinlich keinem aufgefallen. Ich muss mich halt viel bewegen lassen, man sie nicht mehr. Ja, die ganze Zeit. Ja, ist gut. Jörg, ich bin geflasht. Wirklich? Ich bin wirklich geflasht. Oh Gott. Du bist der Erste quasi außerhalb des Inner Circles, der mir eine Meinung sagt. Und ich bin so nach dem Dreh nach Hause, hab so angemacht. Ich so, boah, hab ich jetzt so die Energie, auch die Themen, weil die uns ja alle irgendwie belasten. Und ich war so, dann hab ich es so angemacht und dann waren die ersten Bilder auch direkt so, ich will gar nicht zu viel verraten, aber dann waren die direkt so intensiv. Wir werden den Klimawandel nicht mehr aufhalten. Und wenn ich all diese Bilder sehe, fühle ich mich unfassbar überfordert, ich bin hilflos, ich bin machtlos. Und ich war so, jetzt gehe ich da mit den Bildern schlafen. Und dann war so, immer in dem Moment, als ich einen Gedanken hatte, habt ihr das angesprochen. Ah krass. Immer in dem Moment, wo ich dachte, ah, und dann war es so, wie als hättest du meine Gedanken gelesen. Es hat mich voll, es hat mich mitgenommen auf eine Reise und vor allen Dingen hat es mir Hoffnung gemacht. Also das finde ich so schön, wenn das wirklich so ist. Es wird auch noch intensiver nach hinten raus, weil es natürlich auch so eine krasse Reise für einen selber ist, dass du eigentlich ja von dem Gedanken, wo du dir denkst, lass doch mal loslegen und mal gucken, wo das hinführt. Und dann bist du auf einmal vor Ort und jetzt stehen wir am Ende des Tages hier und irgendwie ist es so, das ist jetzt so fertig. So dieser Loslassen-Prozess, wo man denkt so, nee, wir müssten doch eigentlich noch zwei Folgen machen zu dem und zu dem Thema. Oder wir müssten doch eigentlich noch mal drüber nachdenken, ob man das nicht noch mal anders erzählt, weil wir hatten ja noch den Ansatz von, weil das Krasse fand ich immer, das hat mich so ultra belastet. Das ist ja kein Film, den du aufschreibst und dann hast du einen Anfang, ein Mittel und ein Ende. Sondern du reagierst auf all das, was dann passiert. Das hat man auch gespielt und das war das Geile so. Da sagt jemand, wie viel darf ich eigentlich verraten? Sag's. Da sagt jemand was und bumm reagiert ihr auf das, was gesagt wird in dem Moment und geht dahin. Und holt euch dann die Information. Aber das war glaube ich auch die große Herausforderung, vor der wir dann immer so standen, weil du eine Tür aufgemacht hast und es gehen tausend neue Türen auf. Du stehst in einem Raum, da sind tausend neue Türen. Und egal für welche Tür du entscheidest, da gehen wieder tausend Türen dahinter auf. Und dann stellst du aber so fest, dass dieses Thema auch eine solche Komplexität hat, dass man das, also die Annahme war ja eigentlich zu sagen, hey, lass mal losziehen. Wir erzählen es positiv. Wir versuchen das Ding mal zu drehen und nicht irgendwie immer nur die Probleme zu sehen. Ja, das habt ihr geschafft. Und vor allem, das war mir voll, danke. Voll kunstvoll. Ich war so, damn it, das ist so, das ist so gut. Das ist wirklich, ich meine das wirklich ernst. Vor allen Dingen, gerade bei dem Thema, man schiebt es immer ein bisschen weg. Man weiß aber, fuck, ich kann niemandem die Schuld geben. Ich muss selber gucken, weil es unser Planet ist. Ich muss was machen, so. Immer als in dem Konflikt. Und die Zerrissenheit hast du gelebt für uns, ne? Dass du dieses, und auch, ich habe dann nochmal eine andere Folge gesehen, wo ihr am Tisch saßt. Ja. Und ich fand das so schön ehrlich. Genau so sind die Abende. Genau so sind solche Abende. Wenn man wirklich zusammen sitzt, ne? Genau, das sind genau die Abende. Cheers. Chin Chin. Voll schön, dass ihr da seid. Chin Chin. Gucken wir mal, wo der Abend hinführt, ne? Weil man natürlich auch, und das ist ja, ich habe ja keine weiße Weste. Also, weißt du, ich komme ja nicht da hin und sage, ja Leute, ich bin Wissenschaftler, ich bin Aktivist und ich bin auch noch Journalist und jetzt sage ich euch mal. Sondern ich wollte ja wirklich verstehen, woran liegt es eigentlich? Warum funktioniert es nicht? Was sind die Themenblöcke so? Und dann sitzt du aber in so einer Runde und denkst dir so, okay, ihr seid die Pros, go. Und dann merkst du so, Meinung A, Meinung B, Meinung C, Meinung D, kein Konsens. Und ich so, wie kriegen wir das hin, dass wir hier einen Konsens herstellen? Weil es muss doch möglich sein. Es geht doch um etwas viel zu Großes, als dass wir das irgendwie die ganze Zeit immer nur mit dem Aufeinander Finger zeigen. Wenn das passiert, dass irgendwer nach dieser Doku hingeht und sagt, ja, das ist krass. Habe ich so noch nicht gesehen, muss ich mal länger drüber nachdenken. Und vielleicht auch nur irgendwo alle kleinen Stellschrauben bei sich verändern. Dann, das klingt so romantisch und da kann man auch einen Vorwurf daraus formulieren. Ja, wenn einer, aber wirklich, wenn eine Person das verändert, mein Gott. Hier, das finde ich super. Ich weiß gar nicht, jetzt weiß ich auch nicht, was ich verraten soll. Aber ich sag mal so, das ist sehr hoch. Mehr möchte ich nicht sagen. Okay. Ich möchte nur ganz kurz darauf hinweisen, dass ich Höhenangst habe. Ne, wirklich nicht. Ne, ich habe es jetzt gesehen, jetzt reicht nicht. Jetzt ist es zu spät. Ja. Und wo ist das? Äh, Nordseam. Auch eine super spannende Story. Ein Dong hieß der Konzern vorher. Jetzt heißt er Orsted. Dong. Ich finde den Namen so geil, du wirst auch deine Freude haben. Danish Oil and Natural Gas. Okay. Dong. Lass uns mal einen geilen Namen für die Firma suchen. Dong. Dong. Und er heißt jetzt Orsted. Und er hat sich komplett von quasi fossilen Brennstoffen zu einem ökologischen Energiekonzern entwickelt. Die machen nur Windkraft und damit verdienen die Milliarden. Und uns erzählen sie immer, es geht nicht. Ja, aber warst du nicht, war nicht Kopenhagen? Kopenhagen. Ich war so. Ey, das kann doch nicht sein, dass da oben, dass da bessere Luft rauskommt. Komm, wir gehen da kommen. Ey, it's a perfect example of a sustainable technology. The steam that you see coming out of the chimney is cleaner than the air of Copenhagen. Really? Bjarke Ingels, unfassbarer Typ. Äh, auch mein, mein, tatsächlich Approach meinerseits über Instagram. Ich habe den über Insta angeschrieben, ob der Bock auf das Thema hat. Mega. Das auch. Ja, ja. Schade. Gibt's noch eins davon wahrscheinlich. Ey, auch sehr gute Geschichte, sehr gute Geschichte dazu. Manta Bike, ne, könnt ihr euch angucken. Der Typ, das ist San Diego, du kannst quasi hier die Bay entlang raus, vorne am Wasser entlang und dann wieder quasi in den nächsten Ort mit diesem Ding da fahren. Das sind ungefähr, weiß ich nicht, 45 Minuten Weg mit diesem Ding übers Wasser. Und der kam halt über den Wasserweg damit an. Ich setze mich drauf. Well. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Dude! Das ist nicht real! Oh fuck! Das ist doch nicht wahr! Wie hast du das gemacht? Warst du zu nah am Sand? Ja, zu nah am Ufer. Und es ist so unfassbar schwer. Es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe es einfach nie so häufig in meinem Leben. Und es gibt kein anderes, oder? Oder haben die noch andere? Nee, er hat dann irgendwie nochmal ein anderes Schwert besorgt, dass es nochmal funktioniert für die Bilder, weil wir hatten ja auch noch keine Bilder von mir auf dem Ding. Und wie du siehst, also es ist eine Momentaufnahme, die mir nicht gerecht wird. Es ist eigentlich nicht fair, dass es dieses Bild gibt. Aber es ist halt verrückt. Aber bei sowas finde ich dann irgendwie geil. Das machen wir uns nichts vor. Wir werden nicht in drei Jahren alle mit so einem Ding auf dem Wasser unterwegs sein. Aber einfach nur, dass da jemand ist, der sich Gedanken darum macht, wie kann man sich dann anders fortbewegen, fanden wir faszinierend. Was ist mit, wie war das Gefühl hier drin? Das habe ich mich die ganze Zeit... Hey! Aber warum? Weil das so ein Tempo hatte, oder? Irre. Ja? Ja. Irre. Also das ist natürlich total krass. Einfach nur auf Aerodynamik abgestimmtes Ding und versorgt sich über die Solarzellen selber und lädt die Batterien auf. Surrounded by a super aerodynamic shell that makes this the most energy efficient vehicle platform ever. Ich war in Zukunft! Also einfach dann hier nur im Sommer dann? Hier nur im Sommer, da im ganzen Jahr. Oder ich weiß nicht, wie intensiv das Licht sein muss für die Region hier. Man kennt es ja von Tesla oder von Elektroautos. Aber ist es das Level? Ja. Oder noch krasser? Ne, das ist genau so am Level. Das ist wirklich, als wenn du so einen Steinschleuder machst und loslässt. Krass, krass, krass. Das sieht so futuremäßig aus. Ja, ja, voll. Abgefahren. Loredana war ja auch da. Und ich kannte sie davon und ich kannte ihre Musik. Und ich fand diese Kombi so großartig. dass auch Luise Neubau und Loredana so gegenüber voneinander saßen. Und Loredana, ich habe sie dann noch mehr gemacht nach dieser Folge. Unglaublich krass. Extrem. Und dass sie dann sagt, ich habe ein großes Auto. Also ich habe ein... Also mein Auto, ganz ehrlich, so unnormal. Und Luise guckt so, aha, aha. Die so, nee, nee, ist riesig. Es ist mir jetzt vor kurzem sogar passiert. Ich war in Zürich mit einem Auto unterwegs. Und mein Auto ist riesig. Wirklich riesig. Und fällt voll auf. Und da waren halt... Sie steht dazu. Und Fleisch, ich... Fleisch ist Fleisch. Fleisch ist Fleisch. Fleisch ist nicht Fleisch. So, ich sage euch ehrlich, ich nehme Fleisch. Was soll ich machen? Aber sie war so ehrlich und sie hat so ganz viele Sachen gesagt. Und ich dachte so, ja man, das ist genau der Konflikt, den die Menschen haben. So die Bevölkerung sagt so, hey, so ich genieße das alles. Was bedeutet das? Muss ich das alles hergeben oder gibt es Alternativen? Und durch diese Show zeigt man so schön Alternativen. Aber auch durch dich die Zerrissenheit, ne? So. Ich glaube, wenn das auch ein Ergebnis sein sollte, ist das ja auch vollkommen frei. Weißt du? Das ist so, weil... Nochmal, man ist ja nicht losgezogen, um zu sagen so, ich mache das jetzt mal ganz kurz. Was 40 Jahre keiner hinbekommen hat, da kümmern wir uns jetzt mal eben drum. Das kriegst du ja gar nicht hin. Ja. Und das ist auch wirklich diese... Auch so eine Talkrunde, ne? Der Tönnies-Mensch, der da irgendwie noch mit am... Fand ich cool, dass der kam. Ey, wirklich auch. Also... Und dann aber auch in so einer Klarheit, dass er gar nicht so, so, so... Also auch super smart, wie er sich dann da hingesetzt hat und es gelöst hat so für sich. Aber, und das muss ich dann auch wiederum sagen, man sagt ja auch immer diesen ganzen Aktivismusflügel, so eine gewisse, fast Militanz dazu, ne? Oder militante Haltung dazu. Ja. Und da ist ne Luisa dann auf einmal da sitzt und sich aber ganz normal mit diesem Typen... Fand ich super. Ey, und da dachte ich ja so, ey, Dialog! Ja, genau. Das war auch so richtig. Ja, fand ich auch toll. Ich glaube, wir müssen anfangen, uns da in Anführungszeichen reinzureden, so eklig das klingt. Weil es eben nicht ist, ich mache das und es geht niemandem was an, weil das, was auf meinem Teller liegt, das hat globale Auswirkungen. Und es bedeutet die Welt für andere, für Lebewesen, aber eben auch für den Planeten. Das, was ich jetzt von euch weiß, da gehe ich davon aus, dass wir gleiche Ziele verfolgen. Sie habe mich da auch neu kennengelernt. Fand ich extrem sympathisch und bei ganz vielen, an ganz vielen Stellen habe ich nochmal zurückgespult. Was, wie war diese Information gerade? So und so viel, auch mit den drei Jahren. Das macht total Sinn. Ja. Ja, wir haben nur noch drei Jahre, bis wir diesen Peak haben und dann müssen wir das geschafft haben, dass wir dann weniger Energie verbrauchen. Ja. Fand ich super. Und ich verstehe nochmal mehr diesen Druck dahinter und warum die jungen Leute so auf die Straße gehen und sagen, hey, wir müssen. Habt ihr eigentlich was zu trinken da? Nee. Super. Super. Was willst du denn? Wasser wäre ja korrekt. Ich weiß nicht, ob du merkst, dass wir langsam schwillig sind. Bleib kurz da, ich hole dir was. Okay. Das wäre korrekt, ist halt das Ding. Bei Joko. Es ist halt schade, dass man dem drauf… Sprudel oder still? Still, still. Dass man dem drauf hinweisen muss, dass man durstet wird. Ich bin ja als Gast da. Wir müssen den Kühlschrank noch anmachen. Scheißegal, ich bin ein Star. Mein Plakat, der hängt in Berlin. I don't give a fuck. Ich hab schon getrunken. Das ist halt schade. Das hat sich verändert durch die Doku. Ekelhaft. Tatsächlich kurzer… Die Kühlschränke ist noch nicht an. Das ist noch warm. Wir sparen auch hier. Wegen Energie auch, ne? Ja, ja, klar. Was mir gestern passiert ist? Was ist dir passiert? Ich hab gestern Sport gemacht. Was hast du immer? Fußball? Hab eine Hantel auf eine Bank abgelegt. Aber da war nicht die Bank. Dann hab ich die Hantel losgelassen und es ist mir auf den Fuß gefeilt. War jemand mit im Raum? Nee, ich war alleine. Zuhause. Ja. Ich wollte nochmal Muskeln aufbauen für heute. Ich dachte mir so einen Tag vorher nochmal Sport machen. Dann sieht man das vielleicht. Man sieht's auch. Ja. Man sieht's weg. Dann hat er es geknackt. Mir ist richtig schlecht geworden. Ernsthaft jetzt? Ja, ja. Ich sagte richtig so… Ach nein. Und dann… Also mit viel Gewicht? Sag mir, es war viel Gewicht. 15 Kilo. Okay, das… ah scheiße. Siebeneinhalb. Aber zweimal siebeneinhalb ist 15. Jetzt wollen natürlich alle wissen, was du mit siebeneinhalb Kilo trainiert hast. Sag, aus dem Brust. Genauso hab ich es gemacht. Ich hab's einfach fallen lassen. Ich kann nicht mehr. Und da ist so ein geiler Moment, als ihr die Kühe gesehen habt. So, boah, Schlepp. Ey, komm, lass mal weg, Kind. Da kommt der Kopf. Er kommt? Los, da kommt der Sicherheitsmann. Ich lass den abholen. Und der kommt schnell. Ich hab das Bedürfnis zu kotzen. Das stinkt so widerlich. Boah. 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 120.000 Rinder. Und das stinkt auch genau so. Macht das was mit deinem Flaschkonsum? Nee. Nope. Boah. Aber das ist auch. Natürlich. Aber ich hab mir, während ich mir das angeschaut, schon gedacht so, wie schrecklich. Und dann dachte ich so, es muss doch jetzt der Moment in mir aufkommen, dass ich sage, ich kann kein Fleisch mehr essen. Mhm. Und dieser Moment kam aber nicht. Und dann hat irgendeiner aus dem Team auch noch die Frage gestellt. Ja. Herzlichen Dank. Jetzt kann ich es auch noch beantworten, dem ordentliche Arschleger. Aber nein, aber das ist ja das Bizarre. Dass du das, du siehst ja, also blöd gesagt, ich glaube, hätte man mir ein Stück Fleisch hingelegt, hätte ich es wahrscheinlich nicht essen können. Klar. Aber mit der Distanz, dass der Ort halt weg ist und wir dann irgendwo woanders wieder sind und du natürlich dann auf der Karte siehst, hm, Ortdruck hoch. Ja, geil. Und das ist, glaube ich, auch so das große Thema, dass jeder ja so funktioniert. Klar. Das war so schön ehrlich. Und trotzdem aber zu versuchen, wie kriegst du denn hin? Also ich hab natürlich versucht, meinen Fleischkonsum zu reduzieren, aufgrund dessen, weil ich auch gelernt habe, was für ein Major-Part des globalen CO2-Fußabdrucks Landwirtschaft ausmacht. Aber, doof gesagt, freue ich mich auf das Stück Fleisch, wenn ich jetzt im Sommer grille. Mehr, als wenn ich wahrscheinlich viermal die Woche vorher schon Fleisch gegessen habe. Weil ich mir denke so, oh, schon wieder Fleisch, naja, übrigens grill ich es diesmal. Ja, ja, ja. Ich habe mir gestern ein veganes Chicken geholt. Und? Bro. Ich habe geheult. Es war ekel. Es war super. Ich habe geheult, ne? Es war super. Ich mag, dass du nicht so übertreibst. Du bist immer so total. Ja. Ich habe heulend Chicken gegessen. Also Veggie. Also vegan. Also Veggie. Da bin ich in Kopenhagen. Aufm Fahrrad. Ich war schon zwei, dreimal privat da und habe aber in dem Moment, wo man sich dann auf einmal so mit der Stadt auseinandersetzt, weil du mit den Leuten zu tun hast, die auch ganz viel Impact auf die Stadt hatten, architektonisch als auch planerisch, für mich irgendwie nochmal so mit ganz anderen Augen gesehen. Auf die Fahrräder und los. Um so schnell wie möglich klimaneutral zu werden, muss Kopenhagen natürlich vor allem auf erneuerbare Energien umstellen. Dieser Wandel ist von den zahlreichen Stränden der Stadt aus kaum zu übersehen. Also das ist ja kein Show-Lächeln da von mir. Du siehst das ja. So lachst du echt? Das ist mein privates Lächeln. Das ist so gucke ich, wenn ich sehr zufrieden bin. Also zeig mir mal eine Produktion. Wo du so lachst. Ja genau, das gibt es nicht. Du lachst. Ich habe die noch nie so lachen sehen. Noch nie so lachen sehen. Sonst habe ich immer dieses unfassbar laute, unangenehme Lachen und da bin ich einfach wirklich happy. Aber vorher sollen wir nicht wissen, dass da das laute Lachen auch rauskommt. Das geht auch natürlich. Aber das Geile war, dass wir halt diese ganze Produktion in Kopenhagen mit Lastenfahrrädern und so auch gemacht haben, weil das da geht. Und das ist so verrückt. Das ist halt ausgecheckt alles. Ja voll ausgecheckt. Und das Verrückte ist halt, es hat so Bock gemacht. Und auf einmal hast du so selber für dich wieder Fahrradfahren entdeckt und kommst nach Hause und stellst dann mal fest, warum macht es bei uns keinen Bock? Weil alle sich jetzt auch gerade in der Riesenthematik mehr Fahrradwege bla und autofreie Städte und alle sagen, oh nee, auf gar keinen Fall, wie komme ich denn mit meinem Auto? Und dann denkst du, ey Leute, fahrt doch einfach mal dahin, wenn ihr könnt. Guckt euch das mal an und nehmt euch mal ein Fahrrad. Es hat so Bock gemacht. Mich würde es mal interessieren, was man machen müsste, um so eine Stadt wie Berlin oder keine Ahnung, oder auch Köln oder so auf das Level zu bringen. Ey, das würde wahrscheinlich nochmal 40 Jahre dauern. 40. Oder vielleicht, wenn du es mit Vollgas betreibst, auch in 15, 20. Aber das wäre ganz langweilig. Ich finde es so verrückt. Die haben das in den 80ern zufällig gemacht, weil sie kein Geld für Straßen hatten und sind jetzt halt the hottest shit on earth. Und haben aber halt 40 Jahre dafür gebraucht. Und haben Style dabei. Und haben unfassbar Style dabei. Auch architektonisch. Das ist der Typ Bjarke, der jedes dritte krasse Gebäude in dieser Stadt mit angefasst hat. Wo man einfach dann feststellt, wie wichtig es auch ist, dass du als Stadt zulässt, dass da jemand eine Vision zulässt für ganze Regionen innerhalb der City. Und der Typ einfach auch mit einem Wahnsinnsblick die Stadt zum Positiven verändert hat. Voll gut. Darf ich mir was wünschen? Bitte. Also ich freue mich jetzt noch auf alle anderen Folgen. Aber ich würde mir wünschen, dass es davon eine zweite Staffel gibt. Und dass man im Gespräch bleibt. Und dass du das weiter musst. So und eben keinen Spezialist. Du kennst dich auch so. Also ich kann dir nicht versprechen, dass es eine zweite Staffel gibt. Weil das wirklich... Ach Joko, hör doch auf! Der härteste Ritt meines Lebens. Im Hintergrund auch gerade alles so. Weil das wirklich der härteste Ritt war. Oder lass doch mal so sagen. Lass doch mal gucken, was so passiert jetzt. Und dann bleiben wir in Kontakt. Ja, ich willst du nur gucken. Bei mir macht's Hoffnung. Mach du's. Dann treffen wir uns hier und... Ich frag dich dazu, wie es war. Ja, guck. Okay. Gut. Ja, gut. Sprech mir nochmal drauf. Sprech nochmal drauf. Mein Ton hat sich gerade hier verabschiedet. Ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass mein Körper nicht mehr will. Dann will ich's einfach... Wo sag ich mal da, alle Kameras einmal. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Und danke für die lieben Worte. Ernsthaft. Danke für die Doku. Cheers. 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 Sollen wir weglaufen? Das ist der Himmel? Okay. Nachdinner. Und erst an ... bargabli. Hoher利iy. alles aufbay Politikerselights. Morning Druck. Nu haben wir zurück. Mitel.